hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 ja ganz recht wir sind noch nicht in luka cola welt zurückgekehrt das liegt daran dass ich von euch so so lieb gebeten wurde eine weitere baufolge zu machen überhaupt prinzipiell mehr zu bauen und da dachte ich mir gut ich freue mir so ich freue mich wirklich und habe gleich die gelegenheit genutzt unser gesamtes kronkorken vorrat sprich unsere ganze kohle auszugeben zumindest fast alles und habe mir erlaubt ein bisschen beton ein bisschen ist gut beton holz und sicherheitshalber auch kupfer zu kaufen damit wir hier hoffentlich sorgen frei bauen können frei nach unserem ja künstlerischen bestreben hin so irgendwie in der art und ja ich quatsch wieder zu viel und bau zu wenig und ich dachte mir wir haben ja einen skillpunkt jetzt da ich jetzt nicht genau weiß wie wir wie weit ich jetzt leben bauen darf ich durfte ja nur eines bauen da mir ein skillpunkt gefehlt hat hoppala entschuldigung falsch möchte ich noch schnell nachschauen was ich jetzt eigentlich genau brauche um vielleicht ein zwei leden mehr zu bauen ob es vielleicht eh schon kann also wir hatten verkäufe da hatten wir glaube ich hallo kala anführer das passt weil es dass der das nur so markt stand weil irgendwo hatten wir glaube ich so ein kleider verkäufer ne so ein kleiderhändler also bis hierher wird es gehen und dann brauchen wir hier schon meisterhändler aha sowas gibt es auch ok ok meisterhändler gut bis hierher müsste es also gehen stimmt mir sind glaube ich damals auch die ressourcen ausgegangen ich sehe schon kronkorken was nämlich ein vermögen ich habe jetzt die gesamten kronkorken ausgegeben ich bin nämlich so schlau ich glaube das 600er wird noch gehen der hier der schöne aber ich glaube ich habe jetzt den gewählt gehabt wie schaut denn mit rüstungen und so aus rüstungs ständer ich glaube so was haben wir noch nicht oder doch wartet mal klubsch mal mal nach was bist du denn für ein hoppala für ein händler typ ja bibi bibi das war glaube ich cloth das dürfte schon dann ein rüstungs heil sein ne ja da finden weg nicht rein das ist super er ist hier nicht heimisch ne also er weiß nicht wie das funktionieren soll das wissen nur das wissen nur die ja die leute hier kleiderstände das ist alles nur kleiderstände kleidung hier klinik ach so da habe ich es gewählt gehabt steht ja dabei kleidung alles klar dann könnten wir eine klinik bauen ne ein doktor ein arzt der verkauft camps warte mal wir haben hier kleidung dann gastronomie das haben wir drüben schon stehen waffen rüstung würde ich gerne hier mit rüstung weitermachen ich glaube den einen kann ich noch hierher bauen das geht sich glaube ich noch aus so von meinem von unserem sauer verdienten geld so ich glaube so könnte es was werden passt super ja ja jetzt bin ich pleite äh nein um Gottes Willen das will ich nicht wegtun so ähm ja dann werden wir auch gleich jemanden einweisen zuweisen mal schauen wer opfert sich wer meldet sich freiwillig es wäre ein arbeitsplatz zum vergeben na dir nicht das steht auf einmal da du bist auch mysteriös Kumpel hallo liebe Dorfbewohner die sind glaube ich noch am pennen da werde ich keine anfinden dann schauen wir mal ob da oben irgendjemand Bock hätte hallo 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 bist du im Dienst zugewiesen essen zugewiesen essen machen mhm vierzehn Leute und ich finde genau diejenigen an die schon eine Arbeit haben und du du nicht du wirst jetzt zugewiesen jawohl du wirst zugewiesen aus ist mit Urlaub so rüber zum Handeln äh zum 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 Geschäft eben ja dann wären wir hier ich wollte hier ja unbedingt ganz liebend gerne so ein Lager Häuschen bauen ja sehr gut ein Lager von Haus wollte ich bauen ich denke mal es müsste gehen noch mit Beton und so dass wir noch wenigstens ein bisschen raus können werden wir auch gleich testen und probieren tun ja das machen wir ähm so mal nebenbei zwischendurch neben dem ganzen geprappel von mir ähm wollte ich was äh vorschlagen zwecks Baufolgen etc achso wegen wegen Dings aha da muss ich überhaupt neu anfangen ok ist auch nicht so tragisch ist auch nicht schlimm ich wollte es eigentlich nur gerade haben wartet mal ganz kurz ich wollte jedenfalls äh ich fang schon mal an zu reden und mach nicht fertig das ist eine Krankheit von mir ja eine üble Krankheit nein äh ich wollte nur vorschlagen ähm ihr wünscht euch so gerne Baufolgen das ist das ist irrsinnig lieb ich 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 freue mich wirklich sehr darüber das würde ich so haben und ähm da ok das passt so nicht und ihr wisst ja ich baue ja auch sehr gern und da dachte ich mir wir machen das ganze einfach mal so ich beginne wir beginnen heute hier mal mit mit dem Baum machen unser schönes Dörfchen hier noch hübscher und äh werden dann werden dann wieder wenn das Dorf sag ich mal für uns fertig ist in unserem Sinne fertig ist werden wir ähm beim Park weitermachen so dachte ich mir das mal ja stimmt das geht noch nicht so entschuldigung werden wir dann beim Park weitermachen werden einen Park fertig machen ganz komplett sodass er bezugsfähig ist und werden dann in der darauf folgenden Folge das war deutsch ja das ist so werden dann in der nächsten Folge einfach ähm langsam ja wieder bauen also eine also einmal ein ganzes Dorf schön machen vom Bauen her einen Park machen dann wieder Dorf dann wieder Park je nachdem wie wir eben Schrott haben wenn wir jetzt der Pech haben und der Schrott das der Schrott geht uns aus dann sind wir leider Gottes gezwungen ja bei den Parks derweil weiter zu machen ist eh klar wir brauchen viel Material und wie gesagt ich habe jetzt sehr viele Kronkorken ausgegeben und ich befürchte dass das hier nicht allzu lange boah ist das schief nicht allzu lange reichen wird boah das habe ich jetzt echt super bekommen so schief das ist ja schon fast eine Frechheit wie schief das ist so so vielleicht das wird es besser das ist sehr viel besser das ist so viel besser dass es sogar passt hoho schön passt da kommst du mit ja da hinten wenn es geht kannst dich gerne anklipseln ja genau ähm jo also so wäre mein persönlicher Vorschlag den ich euch da unterbreite also wie gesagt wir machen heute hier unser schönes Dörfchen fertig ähm ich hoffe auch dass es uns gelingen möge ich wüsste nicht was dagegen sprechen täte tut ich mach dir jetzt warte mal ich lass es mal bei zwei ich hab keine Ahnung wie groß dieses Gebäude ist das war jetzt glaube ich unter Holz na nix holz was holz na da extra Lagerhaus da genau Fertighäuschen gibt es da irgendwas da ist nur einzelne ja dann nehmen wir ein fertiges und das hier ach schau wird sich genauso ausgehen alles klärchen mhm gut ich schätze mal so kabum dann schauen wir da hinten aha das ist aha aha da fehlt eine Wand ach so ich verstehe schon ich hab's verkehrt gebaut ich müsste es einmal drehen aber es gefällt mir so eigentlich recht gut wenn ich jetzt hier nochmal Beton hier anklipseln lasse dürfte es doch gar nicht so schierig ausschauen oder und hier dann eine Treppe also hier eine Treppe hin und da eine Treppe hin schauen wir mal ob es gut ausschaut also wie gesagt ich würde jetzt gerne hier mal so lange bauen ähm bis wir bis wir hier da oben bitte bis wir hier unser Dörfchen wirklich zu unserer Zufriedenheit hübsch gemacht haben beziehungsweise bis das Baulimit erschöpft ist bis wir keinen Schrott mehr haben das kann jetzt leider Gottes passieren so Klipsel jetzt hab ich hier zu viele Zäune macht aber nichts die werden wir gleich brauchen Klipsel Klipsel super und der kommt gleich da oben hin den bauen wir gleich da so ja aha ich seh schon ich kann mit dem ganzen noch ein Stückchen raus das kann ruhig weil da ist ja ja da ist alles durchgehend Mauer passt muss ich auch mal schauen so zack 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 ein bisschen so vielleicht und ein bisschen hoch so glaub so wär's schön na nicht ist nicht schön will er nicht mag er nicht warum warum magst du das nicht weil da hinten schon zu weit draußen ist wahrscheinlich ne ja das ist der Grund oh oh naja dann steht's halt ein bisschen über vorne ist trotzdem noch genügend Platz zum gehen müssen wir's leider so lassen ist halt da hinten ein bisschen eine Kluft da können wir ein Fass dann noch herstellen oder so machen wir so ja irgendwie so irgendwie glaube ich haut das hin so Klipsel jawohl sehr gut das hier schaut jetzt nicht so toll aus das werde ich nehmen und hier oben anbringen ja das ist doch besser bitteschön das schaut ja besser aus naja das ist gar nicht mal so dumm schaut gar nicht mal so blöd aus hö hö ich bin ja auch stark am überlegen ob ich hier diese Seite nochmal rausnehme ehrlich gesagt und eine höhere Wand herbaue damit hier der Marktplatz bis hierher geschützter ist ich möchte es ehrlich gesagt gerne probieren ja ich mache jetzt alles schön wie gesagt die Grundsachen sind ja schon alle fertig gebaut Wasser Schlafplätze Häuser haben wir genug jetzt können wir uns an das Feine an das Eingemachte machen war das deutsch fein eingemacht so dazu muss ich hier mal raus und hier rein möchte das ganze durch eine Wand ersetzen so was zum Beispiel oder vielleicht solche Sachen eben so mit Eck und so würde ich ehrlich gesagt lieber und gerne machen es kann passieren dass ich dadurch leider Gottes gezwungen bin ja einmal die Wand hinzustellen richtig wenn sie gehen möchte so wo ist die Wand? da sehe ich die Wand nicht mehr für lauter Holz sehe ich die Wand nicht mehr auch nicht schlecht dass ich hier wahrscheinlich ok ich muss jetzt noch mehr weg tun alles klar ich muss hier die Dinger nochmal weg die stelle ich nachher nochmal schöner hin ja es wird alles schön es wird alles schön gemacht Schönheit braucht eben eine gewisse Zeit eine gewisse Zeit ja aber das tut mir nicht alles damit es unseren Leuten hier gut geht ach so jetzt kann es sein dass hier durch den Felsen dass das nicht geht boah das wird aber ärgerlich du blöder Felsen das will ich nicht nochmal alles wegreißen ehrlich gesagt nachts war es gerade gelb irgendwie war es ganz kurz mal gelb aha ich sehe schon der Zaun du bist es jetzt du der im Weg ist oder der Zaun ich tue den vielleicht auch nochmal ein Stück weg so vielleicht aber jetzt komm mal her du du wand hm 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 es wird überhaupt nicht gelb ne in keinster Weise nichts es wird wahrscheinlich wirklich der da schuld sein ach das ist jetzt aber übel das ist jetzt ja doof ich nehme dich jetzt nochmal mit ich drehe dich sogar da würde er nehmen aber hier mag er überhaupt nicht der Fiesling hier müsste er eigentlich so ich habe es mir so gedacht ne so her der mag das nicht aber warum er mag es auch nicht wenn ich so wie das mögen interessant warum ach wirklich wahrscheinlich wegen dem Stein ne oi 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 da müsste ich hier alles nochmal heben ha 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 lustig da müsste ich das echt alles nochmal heben hm ein Stückchen halt gut dann stellen wir das halt dahin dann heben wir das halt ne wenn der das unbedingt möchte so weg mit dem Zeug so jetzt kriegt sie hardcore 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 baufolgen kriegt sie jetzt ich sehe schon im nächsten Kommentar bitte keine baufolgen mehr bitte zocke ihr halt's nicht mehr aus mit dir na bitte nicht verschone uns verschone uns so wird's sein a hey ich will das bitte denn das Beton da mal weghaben so weg weg mit dir weg 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 auch weg so damit ich hier in Ruhe bauen kann bauen darf und kann lol Mitsamt dem Stand weggehoben. Boah, wir sind stark, oder? Wir sind stark. Schön. Das ist schön. Wie mache ich das jetzt am besten? Ähm, na, das ist eigentlich gar nicht schön. Das ist eigentlich gar nicht toll und gar nicht schön. Weil er soll... Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. Das ist wieder der Stand. Der Stand der Dinge. Warte mal. Ich probiere es jetzt einfach mal so. So. Okay. Äh, das ist alles andere als gerade. Ich weiß. Warte mal. Das ist halt jetzt echt... Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ich hoffe es. Das müsste jetzt aber wirklich hoch genug sein. Kann ich es nochmal niedriger machen? Nein. Nicht viel. Müsste dabei so passen. Ist halt wirklich ein bisschen höher. Vielleicht noch ein bisschen darüber. Und vielleicht ein bisschen so. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt einfach mal so. Ähm, ja. Du musst auch nochmal weg. Ich würde sagen mal kurz hin. Boah, ich mache da einen schönen Sauhaufen, ey. Jo, ey. Okay. Das könnte... Zu schief sein. Nochmal. Vielleicht ein bisschen darüber. Und ein bisschen noch so her. So vielleicht. Mal schauen, ob das noch schön wird. Bitte hier anklipseln. Da oben. Platz hätte er sogar. Aber er will es nicht tun. Er will es nicht. Er will es nicht machen. Dann müssen die halt eben für den Schluss... Na, würdest du dich wieder anstellen? Danke. Dann müssen die für den Schluss... So. Okay, da klipselt am anderen Boden an. Ich will aber, dass er da, da, da tut. Warte mal. Wieder zurück. So. Das wird, glaube ich, nicht schön mehr. Keine Ahnung. Huch. Ich stecke fest. So. Na. Äh, Entschuldigung. Was wollte ich haben? So. Könntest du dir vorstellen, dich jetzt endlich mal... Ach so. Deswegen. Der Zaun ist im Weg. So. Jetzt vielleicht. Könntest du dich... Ja. Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Und du jetzt bitte wieder... Zurück an deinen angestammten Platz. Ich glaube, das haut so nimmer hin. Na. Mist. Nichts gut. Gar nichts gut. Wenn ich jetzt viel Pech hab, muss ich alles wieder wegreißen. Hoffentlich hab ich nicht so'n Pech. Bitte klipsel einfach mal an. Irgendwas hat Klips gemacht. Äh, 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 äh. Ja, warte, noch mal. Ja. Okay. Und der ist halt stur, ne? Der klipselt sofort. Nanu? Obwohl. Boah, ich hab' Glück. Glück gehabt. Ist aber leider ein bisschen schief. Ein bisschen schief. Das ärgert mich jetzt grad. Es ist ein bisschen schief. Bitte nochmal hier hinstellen. Es ist ein bisschen schief. Ich mag's nicht, wenn's so schief ist. Das... Na? Puh. Das könnte zu viel sein. Schau mal. So, bitte hier wieder klipseln. Klipseln. Nicht unten, sondern oben. Oben, bitte. Klipseln. Herrschaftszeiten. Hallo? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Nicht ganz perfekt, aber... Ich glaub... Ich glaub, es geht. Es muss perfekt sein, ne? Sonst passt es unten nicht zusammen. Ha, ha, ha. Yeah. Sonst passt es hier nicht zusammen. Da passt es nicht zusammen. Geh, da. Schu. Du auch. So. Boah, eh. Ach, gekommen. War das falsch. Der da. Schnucki, du musst nochmal raus. Da. Und du musst nochmal ein bisschen gerader werden. Und wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter raus. Nur ein kleines Stück wahrscheinlich. nicht. So. Ich kann mir vorstellen, dass es so passen könnte. So. Na? Ja, ja. Warte, warte. Ja. So ist schön. Und? Besser? Joah. Das schaut echt nicht schlecht aus. Nur ich stehe ein Stück zu weit draußen. Ich werde narisch. Mist. Okay, das kann man so nicht. Meine Güte. Meine Güte. Herrschaftszeiten. Das hätte schon gepasst, so. Muss ich jetzt ungefähr so, glaube ich. Ah, übel. So, ja. Ist es besser? Halt, ich stecke fest. Mal da unten schauen. Ist es gut? Na, noch nicht ganz. Immer noch ein Millimeter oder zwei. Ja. Wir machen das ganz genau. Falls jemand fragt. Ach, ja je. So. Ich glaube, jetzt müsste es passen. Wir sind hier im Commonwealth. Hier ist nichts gerade. Das stimmt auch wieder. Da habt ihr vollkommen recht. Oh, ja. Ich glaube, so kann man es lassen. So, glaube ich. Kann man es wirklich lassen. So. Ich stelle das mal rauf hier. Und der Zaun kommt auch mal rauf hier. So. Und dann kommt die schwere Probe. Von. Jetzt gehört es eigentlich noch. Na, das passt schon so. Das passt schon so. Ich probiere es jetzt mit der Wand. So. Die natürlich nicht will. Herrschaftszeiten. Herrschaftszeiten. Doofe Wand. Warum willst du nicht? Ah, jetzt war es ganz kurz. Aha. Warte. Jetzt. Jetzt muss ich mir das echt anschauen. Warum will die nur so schief? Das schaut ja nichts gleich. Du musst dir da echt. Warte mal so. Warum, Wand? Sag mir warum. Du musst dir da hier doch auch mögen. Jetzt haben wir extra für dich alles umgestellt. Wand. Und jetzt magst du nicht. Nein, ich bin eine zickige Wand. Ich mag das eben nicht. Da geht's. Schau mal. Da geht's. Aber da hinten will sie gar nicht. Die Wand. Ist ja nicht die Wand. Du blöde Wand. Also Haus bauen ist echt anstrengend. Ich brauche aber den Platz. Das weißt du schon, Wand, oder? Kann man das wieder verschrotten? Verwerten tatsächlich. Ich verwerte das jetzt wieder. Das ist mir wurscht. Da kommt halt eine stinknormale Wand hin. Die geht. Versteht das jetzt einer? Die hat da oben jetzt einfach mal frisch, fröhlich, ganz freiwillig angeklepselt. Da, 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 da. Das soll mir einer verstehen. Ich wollte es ja nur ganz hübsch haben. Wieso? Vielleicht so? Auch hier so hübsch? Mit so einem kleinen... Das wäre jetzt... Wäre das jetzt gegangen? Ernsthaft? Ich würde sogar da hinten nochmal ein Betondings hinbauen. Wäre mir wurscht. Ich merke gerade, das geht sich von der Breite her auch nicht richtig aus. Das steht ein bisschen drüber. Achso, ihr weißt da, was drüber steht, ne? Ich schlauer Fuchs. Hier steht ja sowieso... Ein Stückchen steht sowieso drüber. Ach, das schaut ja hässlich aus. Das schaut ja hässlich aus. Was bist du eigentlich für eine Wand? Aha, du bist sowas. Ja, das Eck wieder, ne? Na, na, na. Das machen wir jetzt so, weil es halt drüber steht. Ich verstehe schon. Ah, jetzt würde ich das nehmen. LOL, oder? Passt. LOL ist gekauft. Nehmen wir mit. Ich hätte halt schon gern irgendwas mit Fenstern gehabt. So eine ganz normale, gerade Wand. Ohne unten das mit dem Boden. Einfach nur... Also ohne den Boden da. Einfach nur eine Wand mit einem Fenster. Wäre es schön gewesen. Oder halt sowas. Irgendwas so halb kaputt. Halb kaputt? Das ist auch ein schönes Deutsch. Halb kaputt. Ah, das klipselt auch an. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Ja, ja. Oh, das wäre auch schön. So, halb hin. Und was ist das? Das ist ja schön. Da ist schön frische Luft. Schöne frische Luft. Wobei, hier könnten wir eigentlich den Zaun beibelassen. Oder? Na, machen wir es lieber dicht. Na wohl, das lassen wir so, dass der schön schießen kann. Haha. Natürlich lassen wir das so. Hahaha. So, und hier noch schön einen Zaun nehmen. Ja. Das ist... Äh... Ganz eine kreative... Kreativheit. Ja. Kreativheit ist das. Die gibt es nur hier in diesem Display. Ja. Schön. So, jetzt könnt ihr hier aufschließen. Aufschließen. Nicht aufschießen, sondern aufschließen. Schließen. Bauen. Machen. Klipsen. Ja. Brave Betonplatte. Na, würdest du? Jetzt bist du dran. Kannst du dich auch da so schön anklipsen? Anklipsen? Ja. Macht er echt. Brav. Ja, jetzt ist er hier wieder... ...lone kleine Stufe. Hätte ich eigentlich nochmal ein Eck niedriger machen können. Aber ist jetzt ja wurscht. Da kommt halt so eine kleine süße Stufe hin. Und dann ist das auch gut. Der Händler wird sich jetzt auch freuen. Den muss ich nämlich wieder umstellen. Ja, der wird umgestellt. Da hat er gar keine Möglichkeit. Anders. Nein. Der wird auch gar nicht gefragt. Der wird mit allem umgestellt. So. So. Siehst du? So wird man umgestellt heutzutage. Oh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Die Treppe funktioniert nach wie vor. Fuh. Das war echt Glück. So, anpassen wieder. Das passt so. Ist gut. Ja, das gefällt mir besser. Jetzt haben die da wenigstens ein bisschen an Schutz. Ich meine zwar, okay. Wenn es da oben steht, werden sie trotzdem umgeschossen. Okay. Ja. Das ist Pech. Ganz einfach. Die haben dann einfach Pech gehabt. So. Ja. Ich wollte das eigentlich wieder... Stellen wir das wieder hin. Schon so. Warte kurz. Na, nicht reden. Du sollst das hinstellen. So. Dann muss ich von hier... Von hier. Noch ein bisschen nachschupfen. So. Warte. Äh. 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 So wollte ich es eigentlich haben. Ich aber nicht. Uhuhu. Hab ich schon gemerkt. So, jetzt aber. Und. Zack. Ja, das heute ist tatsächlich eine Hardcore-Baufolge. Das ist echt... Das ist echt... Viel herumgerissen wieder mal. Nur für das Wohl unseres Dorfes. Unsere Siedler. Bedacht. Ja. 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 Das könnte so passen. Oh. Bin recht zufrieden. Ja, sowas gibt es auch mal. Bin selber überrascht. So. Her mit den Zäunchen. Die kommen hier wieder hin. Jawohl. Du auch. Ja, du darfst. Ja, sicher. Hättest du nicht gedacht, ne? Danke. Ich würde sagen. Ja. Hier hin so. Und dann hier eine schöne... Schaffst du es so rauf? Echt? Wow. Okay, ich brauche keine Treppe. Die schaffen das tatsächlich so. Auch hier, glaube ich. Kann ich mir tatsächlich in der Tat eine Treppe sparen? Ja. Haut hin. Gerade so. Aber haut hin. Ich freue mich. Ich freue mich. So. Tapp und Tapp. Ja, das klappt. Kann mir recht gut gehen. Sehr schön. Hier und da. Da wäre halt auch noch schön gewesen, so eine große Wand hinzubauen. Nur hier. Wirklich als Schutz. Und da eben... Vielleicht bis hierher oder so. Halt nicht zu weit raus. Ein Zaun oder so. Da müsste ich jetzt viel bauen. Also viel umbauen. Ich probiere jetzt einfach mal, ob es gehen würde. Nur eine einfache Wand. Ihr wisst schon, ne? So wie die hier. So eine halb hinige. Oh. Das klappt echt. Ja. Dass man auch Luft kriegt noch. Ja. Ich muss ehrlich sagen, gefällt mir schon. Gefällt mir wirklich gut. Und dann hier noch eben einen Zaun. So. Nur für ein Fass. Und geht sich hier... Na, so geht es nicht aus. Aber immerhin so wenigstens. Ja. Und da eben, wie gesagt, ein Fass hinstellen. Dekorieren tun wir es, glaube ich, ein bisschen später. Und hier können Sie eben schön Ihre Sachen dann reinstellen. Da kommen haufenweise Fässer rein. Hier werden wir dann noch eine Tür machen. Und hier werden wir eine Treppe unbedingt brauchen. Eine Treppe. So eine hübsche, kleine... Falsch. Doch, passt schon. So eine hübsche, kleine, süße Treppe. Holz. Da. Holz. Da. Und die da. Die wollte ich eigentlich haben. Ja, klipp, klipp. Nochmal klipp, klipp. Oh, das schaut scheiße aus. Da eher klipp, klipp mit der zweite. Oder lassen wir es bei der einen. Und machen wir hier sicherheitshalber noch einen Zaun rundherum. Nicht, dass sich jemand, ähm, ja, das Genick bricht oder so. Ja, passt schon da. Passt schon da. Und da. Und hier. Genau. Ich werde mal einen anderen Zaun wählen, vielleicht. Ja, das ist eigentlich eh anders. Hm, vielleicht den da. Das ist gleich so ein, so ein hübscher, großer. Jawohl. Und hier vielleicht so ein hübscher, kleiner. So vielleicht noch. Ja. Und hier dürfte normal eh nichts mehr passieren. Na. Könnte man aber... Na, das passt ja so. Da können sie normales Glas raufgehen. So und so. Und da sind wir beim Marktplatz. Ach ja, das wird schon schön. Das wird schon schön. Da können die Händler gleich hier vom Lagerplatz ihre Sachen holen. Ja. Ich glaube, das passt. Ich glaube wirklich, das ist hübsch. Du glaubst wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Ja, tue ich. Der bringt mir jedes Jahr so schöne Geschenke. Meine Eltern schauen mich so immer komisch an, aber ich freue mich. Ja, wirklich. Ich schwöre. Ich weiß auch nicht, warum die immer so komisch schauen. Aber ja, scheinbar gefällt es ihnen. Ja. Na, Entschuldigung. Genauso ist es. Ich werde auch noch hier nochmal einen Zaun herbauen. Ich hätte ein bisschen mehr mischen können. Dass nicht alles so streng ausschaut. Nein, das schaut doch jetzt doof aus, wenn ich da eine andere Form wähle. Das schaut irgendwie doof aus. Warte, ich lasse den einen Zaun nochmal kurz hier. So. Ich nehme den da mit. Ja, der wird Eisen mitgenommen. Den klatsche ich da weil ich trotzdem hier hin. So. So. So noch und so. Irgendwie. Ja. Sehr schön. Die Händler sind da. Die sind schon brav am Arbeiten. Das gefällt mir. Ich wollte nämlich auch noch hier, ne. Den Zaun wollte ich auch zu einer hohen Mauer, also zu einer Wand umfunktionieren. Es schaut zwar so recht hübsch aus, aber wie gesagt, man ist hier nicht wirklich schusssicher, wenn man als Dorfbewohner hier vorbeihatscht. Jetzt möchte ich das gerne mal probieren, jetzt möchte ich das gerne mal probieren, ob es gehen würde. Also, 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 wieder auf die Wand. Da. Da. Eine einzelne wäre ganz nett. Du bist einzeln. Du bist eine einzelne, eine einzelne, eine einzelne unschulige Wand, die natürlich hier nicht Platz hat, wegen den Dächer. Oder? Oder? Na, doch, jetzt, aha, so schon. So im Ernst. Ernsthaft? Schaut es nicht behindert aus? Da wäre der Zaun doch hübscher. Na, da lassen wir den Zaun. Um Gottes Willen, da lassen wir den Zaun. Das machen wir auch freiwillig. So. Ich hoffe nur, dass hier kein böses Viech reinhupfen kann. Ich glaube nicht. Hupfen, hüpfen, reinhüpfen. Immer dieses steirisch, Entschuldigung. Habe ich hier schon mal was eingerichtet? Bis auf dem Bett steht hier nicht viel. Wir könnten mal was einrichten, ne? Ich mache gleich 20 Sachen gleichzeitig, nur dass ihr wisst. Ja. Hm, was könnten wir denn? Ein Regal wäre ja was Schönes, oder? Ach, das habe ich sogar schon gebaut. Oh, sogar ein Fernseher. Oh, doch, es steht doch was hier. Aber kein Behälter, also nichts zum Reinstellen. Also, sowas eben. Irgendwie. Irgendwie sowas. Irgendwas. Gibt es was Hübscheres? Eine Kiste. Eine Kiste wäre schön. Eine Kiste. Die stellen wir ihm rein. Die kriegt er hier so hin. Warte, so glaube ich. Ja, so schräg. Das passt. Kriegt er auch eine Kiste. Ja. Eine Badewanne würde auch für eine Dusche, wäre auch toll, ne? So ein... Aber das passt dazu. Ja, ja, das passt so. Schön. Und hier drinnen, wenn ich das Baumenü eingeschaltet habe, kann ich keine Türen benutzen. Das ist nicht gut. Aber was soll's? Ah ja, stimmt. Da haben wir auch schon schön eingerichtet. Eigentlich hier oben auch schon was. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Ist okay. Ist in Ordnung. Ist abgehakt. Passt. Sehr gut. Ja, hier die Bergbank. Die ich zwischendurch auch mal vergessen habe. Hier. Ja. Da wären noch ein paar Stühle nicht schlecht, ne? Eigentlich Stühle. So. Na, das passt nicht so ganz. Na, was Einzelnes wäre schön. So was. Ja, ja, genau. Genau. Weißt du, so? So im Eck. So herrüben vielleicht ein. So. Da kann einer sitzen. Wenn sie's ausgeht, dann vielleicht hier noch einer. So. Und da herrüben noch einer. Damit sie auch gehen können. So vielleicht. Jetzt müsste man dann nach hinten gehen können. Passt. Kann man sich hinsetzen. Alles gut. Richtig. Wie soll man denn sonst in der Gartenparty feiern, wenn keine Stühle da sind? Ich weiß nicht, Zucki. Echt? Was machst du denn schon wieder? Was machst du denn für Sachen? Ich glaub, das war auch wieder bei diesen Tekus war's, glaub ich, dabei, ne? War da nicht irgendwo mal ein Grill? Ich werd das alles nie anfinden. Da kann ich... Da kann ich... Das kann ich schon vergessen. Na, da war, glaub ich, kein Grill dabei, ne? Irgendwo war mal ein Grill dabei. Eiskühler. Da! Da haben wir ihn ja schon, den Grill. Den würde ich gerne... Den würde ich gerne hierhin klatschen. Weil zu so einer Gartengeschichte gehört ja auch ein toller Grill dazu. Ist ja ganz klar. Vielleicht werde ich ihn aber so hinstellen. So. Warte. So. Ah, Hundshiten wäre auch nicht schlecht für den Fall... Hundshiten. Ja. Für den Fall, dass... Ähm... Oh, Kerzen. 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 Wenn, dann fackeln wir gleich alles ab hier. Kerzen. Schöne Kerzen. So. Ähm. Ja. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ich wollte noch ein kleines... Ein... 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 Ein kleines... Ähm... Ein kleines Tisch oder so irgendwas haben. Fischkorb. Was hilft mir ein Fischkorb? Ah, dann könnte ich vielleicht da mittig hinstellen. Ja, da drin schwimmen Fische. Für den Fall, dass ihr das doch gar nicht wusstet. Hummerkäfig. Aha, Kiste. Gerbergeschichtel, Grill, Aschenbecher. Ein... Ah, das ist ein moderner Aschenbecher. Der ist schon zu modern. So ein kleiner wäre hübsch gewesen. Ein kleiner Aschenbecher. Tap, 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 tap. Nicht zur Not nehmen, halt den Großen. Ist auch wurscht. So, tap, tap, tap. War das vielleicht hier? Also es wird eher ein Fressnapf gewesen sein. Katzennapf, ja. Aber die Hundehütte wäre sicher auch was Tolles. Daher, oder? Da so, ne Hundehütte hier. Schön wär's, wenn er nicht auf so... Auf so, ähm... Auf Gras oder so schlafen könnte, das Hund. Falls es mal hier einen geben sollte, ne? Da wär's hier oben schon bald besser. Da hätte er nämlich Gras zum Schlafen. Oh, das kann ich weg tun? Hehe. Da so. Da kann er, da hat er so ein Gebüsch. Da hat er ein bisschen Schatten, das Hunderl. War doch hübsch. Aber ich glaub, der schwebt in der Luft, ne? Hier wär's schon besser. Hier schwebt er nicht so in der Luft. Hat aber Sonne. Puh. Und hier? Hier vielleicht. Eine schwebende Hundshütte. Das hat nicht jeder Hund. Mit Sicherheit hat das nicht jeder Hund. Aber da hinten hat's mir gut gefallen. So vielleicht. Dann hat er trotzdem irgendwie Schatten. Schwebt er in der Luft? Na. Na. Äh, ein bisschen. Doch, ein bisschen schon da. Vielleicht noch ein Stück nach hinten. Aber da schwebt er sowieso. Egal, wie ich das jetzt anstelle. Da müsste ich ihn schon da raufbauen. Und da will er ja eigentlich gesagt nicht. Oder ich baue ihn daneben hin. So. Irgendwie so. Als Wachhund. Das ist ne Idee. Als Wachhund. So. Achso, er hat sogar einen Holzboden. Ach, das wusste ich gar nicht. Schau mal, der hat sogar einen Holzboden. Dann wär's sogar wurscht gewesen. Okay. Na schön. Bust. Dekoratiefest. Ich würd gern einen Fressnapf daneben hinstellen. Fürs Hunderl. Ich würd sagen, da so her. Da kann er dann futtern. Ich weiß, das ist ein Katzennapf. Ich weiß. Aber ist ja wurscht. Es ist halt ein kleiner Hund. So. Lagerfeuer. Hm. Das könnte man eigentlich... Oh, der Part ist zu Ende. Ups. Entschuldigung. Ich dachte mir hier noch so eine... Ich weiß, es ist laut, aber... Hier vielleicht so eine kleine Fischergeschichte. Ich baue mal hier das Lagerfeuer hin. Sind wir schon bald? Oh, oh. Wir haben das Limit schon gleich erreicht. Schon gleich erreicht. Und da wollte ich eben noch... Wo war jetzt dieser Fischtopf? Da. Den wollte ich eigentlich noch daneben hinstellen. Wenn es sich noch ausgehen tut. Na, wir sind schon voll. Ich glaub, das Baulimit ist soeben erreicht worden. Okay. Dann stelle ich das Lagerfeuer woanders hin. Aber wo? Aber wo? Wir könnten es da drüben hinstellen. Da ist eh noch nichts. Wir haben das Baulimit erreicht. Oh nein. Und da hinten fehlen noch Zäune. Oh, oh. Oh je. Können wir hier hin tun. So vielleicht. Irgendwie. Da so her. So. Ein hübsches Lagerfeuer noch. Schande. Wir haben jetzt hier gar keinen Zaun. Hier um die Ecke hätte mindestens noch einer hergehört. Oh, oh. Oh, oh. Oh je. Und wenn ich den hier noch weg tue. Und hier noch eine Treppe herbaue. Ob das geht? Warte mal. Das mach ich noch fix. Fix so zwei, drei Stunden länger dauert's nicht. Keine Sorge. Versprochen. Na, würdest du jetzt bitte? Äh, hallo? Du warst ja gerade gelb. Du Gauna. Und wenn ich jetzt hier die Treppe noch da statt dorthin dahin tue. Okay, es schaut scheiße aus. Aber sie funktioniert. Der hat keinen Boden da unten. Das gefällt mir nicht. Schande. Hätte ich gern die Treppe da gehabt. Die da. So eine. So eine. Ach, weißt du was? Ist wurscht. Die werden wohl hoffentlich jetzt so dämlich sein und sich da dann den Fuß brechen oder so. Doch, doch. Schön. So, na, lass mal so. Nicht so glas. Den kann man auch da herstellen, den Pfosten. Wenn's halt geht. So. So. Da schaut er schön aus. Oder hier hin. Da vielleicht. So. Ein unsichtbarer Zaun. Da lehnt sich dann jemand an und fällt kopfüber runter. Moha. Moha. Ja. Okay. Wir haben die Baugröße erreicht. Größer. Mehr geht nicht. Aber ich find, das Dorf ist echt hübsch geworden. Also mir gefällt's wirklich gut. Auch wenn hier der Zaun eigentlich fehlt, sag ich mal. Find ich's doch echt wirklich hübsch. Vielleicht kann ich da oben noch ein paar Geschütztürmer verschrotten oder so oder weniger machen. Ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall, es ist schon hübsch. Also fürs Erste würde ich's gerne mal so lassen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Meins, wie auch immer. Ich freu mich auf die Kommentare. Ich freu mich auf die Kritik. Bin sehr gespannt darüber. Und ich würde jetzt trotzdem mal vorschlagen, dass wir im nächsten Part trotzdem Nuka Cola World weitermachen. Wie gesagt, den einen Park fertig machen. Diese Safari Zone. Dass wir auch, sag ich mal, questmäßig weiterkommen. Und wenn der Park wieder fertig ist, können wir gerne weiterbauen. Ich wäre sowieso sehr, ja, sehr im Eifer, Sanctuary Hills einmal schön zu machen. Unsere Heimat, unser Heimat-Törfchen schön zu machen. Das wird mir isst nicht gut gefallen. Ich merke auch gerade, Strom hat gar nicht jeder. Das wäre auch so eine Geschichte. Dass ich da noch vielleicht mal Strom oder so weitermachen könnte. Irgendwann mal. Aber nicht mehr heute. Es ist eh schon so spät eigentlich schon. So viel Überlänge. Auf jeden Fall, mir macht es Spaß. Ich liebe es. Ich mag das Bauen. Unsere Bewohner sind hier glücklich. Das ist auch wunderschön. Ihr seid glücklich. Das ist noch viel schöner. Ich kann mein Glück nicht fassen. So, jetzt sind wir alle glücklich. Und auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal in Nuka Cola wird. Tschüssi.